Jetzt häkeln wir den Bauch und da fangen wir auch so ähnlich wie beim Kopf an mit einem magischen Ring. Ich habe jetzt acht feste Maschen in den Ring gehäkelt und jetzt folgen drei Zunahmerunden auch so ähnlich wie beim Kopf. Die erste Zunahmerunde nehmen wir jede Masche zu, die zweite Runde jede zweite Masche und in der dritten Runde nehmen wir jede dritte Masche zu. So sieht es nach der dritten Zunahmerunde aus und jetzt folgen noch vier Runden ohne Zunahmen, das heißt einfach feste Maschen ohne Zunahmen und zwar wird das die vierte bis achte Runde sein. So sieht es nach der achten Runde aus und jetzt sind wir in der neunten Runde, jetzt werden wir jede dritte Masche abnehmen, das heißt wir häkeln zuerst zwei feste Maschen. Und dann nehmen wir die nächsten beiden ab, weil wir hier gehen sie ja zusammen und dann wieder erneut zwei feste Maschen, dann wieder die Abnahme und so weiter die Runde. Und danach folgen zwei Runden ohne Abnahme. Jetzt sind wir in der zwölften Runde und wir werden jetzt jede zweite Masche abnehmen und danach folgen wieder zwei Runden mit festen Maschen ohne Abnahme. So sieht das Ganze nach der vierzehnten Runde aus, ich habe das Ganze jetzt schon wieder mit Schaumstoff ausgestopft und den Faden können wir abschneiden, wieder durch die Wollnadel fädeln und das Ganze an den Kopf dran nähen. Und ich ziehe das jetzt noch durch die letzte Masche hier. So und dann können wir das Ganze an den Kopf dran nähen, sucht euch einen Platz aus, wie das genau dran befestigt sein soll. Also ihr könnt das alles so verschieben, wie ihr das für richtig haltet. Und dann vernähen wir das einfach ringsrum an den Kopf. Und dann geht es weiter mit den Ärmchen. Wir machen jetzt weiter mit den Armen und zwar habe ich ebenfalls mit einem magischen Ring begonnen und in den Ringen sechs feste Maschen gehäkelt. Jetzt folgt eine ganze Zunahmerunde und zwar werden wir, wie auch bei den anderen Teilen, in der ersten Runde jede Masche verdoppeln. Also ich gehe wieder durch die erste Masche durch, nehme zwei Laschen dafür oder beide Maschenglieder und heke jeweils zwei feste Maschen in eine Masche rein. Nach der zweiten Runde ohne Zunahmen können wir den Faden abschneiden und dann nehmen wir unser Ursprungsgarn wieder, also die Grundfarbe und häkeln mit dieser weiter. Ich mache jetzt erstmal eine feste Masche und verknote ich die beiden Enden auf der Rückseite. Und noch einen dritten. Okay, da das Ganze innen bleibt und sowieso nicht sichtbar ist, schneiden wir das einfach ab, aber nicht zu kurz, damit der Knoten nicht wieder aufgeht. Dann häkeln wir einfach weiter. Und zwar brauchen wir noch eine ganze Runde mit festen Maschen ohne Zunahmen. Wir sind jetzt in der fünften Runde und wir beginnen die Runde mit einer Abnahme. Wir häkeln die nächsten zwei Maschen zusammen. Dann folgen vier feste Maschen. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt folgt noch eine Abnahme. Und den Rest der Runde mit festen Maschen. Und jetzt folgen noch fünf Runden nur mit festen Maschen. So sieht das Ganze nach den fünf Runden aus. Und wir können es natürlich ausstopfen. Dann können wir den Faden abschneiden, durch eine Wollnadel ziehen. Ich habe jetzt schon den Faden durch die letzte Masche wieder gezogen und jetzt werden wir das Ganze dran nähen. Wir suchen uns einfach ein schönes Plätzchen aus für den Arm. Also wie auch immer man das proportioniert haben möchte, wo auch immer das hin soll. Und dann gucken wir machen, was man am besten. Und dann einfach dran nähen. Und das gleiche mit dem Arm natürlich, mit dem anderen Arm auch. Jetzt starten wir mit dem Beinchen. Und zwar habe ich bereits schon was vorbereitet. Ich habe wieder mit einem magischen Ring begonnen und habe dort sechs feste Maschen reingehäkelt. Und die erste und die zweite Runde werden Zunahmerunden sein. Und zwar in der ersten Runde werden wir jede Masche zunehmen. Und in der zweiten Runde werden wir jede zweite Masche zunehmen. Nach den zwei Zunahmerunden folgt eine Runde mit festen Maschen ohne Zunahme. Nach dieser Runde können wir den Faden abschneiden und auf die Hauptfarbe wieder wechseln. Und es folgen noch zwei Runden mit festen Maschen ohne Zunahme. Jetzt sind wir in Runde sechs und wir beginnen mit einer Abnahme. Wir häkeln zwei Maschen zusammen. Dann folgt eine feste Masche und nochmal eine Abnahme. Und danach häkeln wir feste Maschen bis zum Ende der Runde. Runde sieben und acht sieht folgendermaßen aus. Wir beginnen mit zwei Abnahmen. Zuerst eine. Dann die zweite Abnahme. Danach wieder bis zum Ende der Runde feste Maschen. Runde neun und zehn werden wir jeweils nur mit einer Abnahme beginnen und den Rest wieder in festen Maschen häkeln. Runde elf und zwölf werden wir ohne Abnahmen häkeln, also nur feste Maschen. Und danach können wir das Ganze ausstopfen und an den Körper nähen. Jetzt machen wir weiter mit dem Drachenschwanz. Und zwar habe ich jetzt bereits schon mit einem magischen Ring begonnen und drei feste Maschen hineingehäkelt. Ich erkläre euch mal das Prinzip, wie wir das Ganze häkeln werden. Also wie gesagt, ich habe angefangen mit einem magischen Ring und habe drei feste Maschen reingehäkelt. Die erste Runde wird so aussehen, dass wir Zunahmen in jede Masche haben. Also das heißt, wir verdoppeln das Ganze, dass wir nach der ersten Runde sechs Maschen insgesamt haben in der Runde. In der zweiten Runde häkeln wir nur feste Maschen ohne Zunahmen. In der dritten Runde haben wir Zunahmen, jede zweite Masche. In der vierten Runde würden wir nur feste Maschen wieder haben. In der fünften Runde Zunahmen jede dritte Masche. Also ihr seht, es ist immer wieder eine Wiederholung von Zunahmen und normalen festen Maschen. Zunahmen, normalen festen Maschen. Die Zunahmen nehmen jedes Mal ab, also hier ganz häufig und dann immer wieder weniger. Also wenn wir jetzt praktisch in der sechsten Runde wieder normale feste Maschen haben und in der siebten Runde Zunahmen jede vierte Masche. Und das macht ihr einfach so lange, bis der Drachenschwanz die Größe erreicht hat, wie ihr es gerne hättet. Und dann wird das Ganze ausgestopft und an den Körper genäht.